So liebe Leute es geht heute weiter mit GRID und wir fangen an mit der Hypercar Speed Trophy 2 Rennen Red Bullring und Barcelona und damit legen wir heute los. Wie nehmen wir die Bugatti heute? Wir haben uns neun Teamkollegen am Start, dann habe ich ausgewählt. Okay, 4 Roten Red Bullring, North Circuit, 1,8 Kilometer lang diese Strecke und ja, schauen wir mal. Ich muss mich jetzt mal daran gewinnen, wo mein Teamkollegen überhaupt irgendwo dabei ist. Ich habe jetzt gerade auch ziemlich vergessen, wer das ist. Der Red Bullring hat über die Jahre schon viel Action gesehen und jetzt ist die GRID World Series in der Stadt, um noch einen draufzulegen. Kristen, was für Erfahrungen hast du an diesem tollen Schauplatz hier gemacht? Es gibt viele Höhenunterschiede und bei einigen dieser schnellen Geraden geht das steil bergauf. Das heißt, es gibt viele Überholmöglichkeiten und wenn man nicht vorbeikommt, kann man erst mal nah dranbleiben und dann überholen, wenn es geht. Wir können uns also auf ein tolles Rennen freuen und lange müssen wir nicht mehr warten. Also, halten Sie sich fest. Die Startlichter werden jeden Moment erlöschen. Ja, let's go. Da ist er, Piero Lombardi, aber nicht Pietro, sondern Piero. Genau. Wir starten von 12.15. Eieieieiei, das war ein bisschen zu hart, aber es hat funktioniert. Wir fangen auf 5. Wundere dich nicht, wenn du dafür attackiert wirst. Alter, kann ich uns hier jetzt. Hey, bleib lieber auf Abstand, damit sich die Lage wieder beruhigt. So, gehen wir mal Gas. Alter, okay ist der Monster, ja. So, dann versichere Wunderung. Runde 2 von 4. Heute auch nur zwei Reihen. Zweite Runde. Nur noch eine Position bis zur Spitze. So, Siemkollega, gib mal ein bisschen Gas. Verstanden, angreifen. Ich gebe es weiter. Soll da mal ein bisschen Gas geben jetzt? Okay, angreifen bestätigt. Na, täuscht mich gerade so ein bisschen. So, wir gehen jetzt rein. Wenn ich die volle Runde nimm. Das war die Hälfte des Rennens. Wir haben eh nur noch wenige Rennen. 14 sind es insgesamt, also 14. 14 Folgen quasi noch. Ich bin wieder genug 13 momentan. Ich habe gesagt, dass ich das gerne schon an einem Moment überlegen. So, letzte Runde. So, letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. So, das geht jetzt hier in die letzte Kurve. Und dann haben wir es geschafft. Ich habe Anweisungen gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Okay. Dann Auftakt gewinnen wir zumindest mal. So. Doch, hier gibt es wieder auch nicht... Das 13. nur. Es ist schlecht. Es war nicht gut. Das ist zumindest sehr enttäuschend. Gut. Okay. Nächster Rennen. Dann haben wir so ein Level von 30. Dafür gibt es nichts Neues. Und das letzte Rennen, was uns jetzt ansteht, sind fünf Runden in Barcelona. Fountain Loop. 1,8, 3 Kilometer lang. Und wir starten zumindest mal auf 3. 3. Oh, ich muss nämlich heute da vorne mit dabei. Okay, sehr gut. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Es war eindeutig ein spannungsgeladenes Event. Für einen Sieg darf man nichts dem Zufall überlassen. Ich achte vor allem auf einen der Teilnehmer. Mal sehen, wie es ausgeht. Nicht mehr lange und wir werden wissen, wie es ausgeht. Also bleiben Sie dran. So, leider immer das gleiche Gehör. Hasel von unseren beiden Streckkommendatoren. Und wir gehen. So, ein bisschen Power kann man hier aussehen. Da wollte sich da einer der Kollegen mit reindrücken, aber das klappt für mich ganz. Okay, angreifen. Ich gebe es weiter. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Wir wurden in Barcelona heute. So, dann sind wir schon mal durch mit der ersten Runde. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Das ist gut. Guter Zwischenstand gerade. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Oh, schade. Oh, schade. Ich muss ja vorsichtig sein. Das war nicht an, wie wir dann rutschen. Ohne den Reich. Noch drei Runden zu fahren. Drei Runden noch, Papa. Und jetzt ist er. Du bist das? Ohne den Kopf war. Ohne den Kopf war. Ohne den Kopf war. Du bist ja möchte. Ohne den Kopf war. Und jetzt ist er. So, Runde 4 Noch 2 Runden Liste, kann man da absetzen? Okay, angreifen, ich versuch's weiterzugeben Okay, angreifen bestätigt Bis dann sind sie natürlich mal dran an uns Letzte Runde jetzt Letzte Runde, verteidige deine Führung Aua, leichte wieder, aber Letzte Meter Und hier holen wir uns einen sehr, sehr ungefährdeten Sieg Am zweiten Rennen Und damit ist das Thema auch gut durch Zwölfter Platz ist unser Teamkollege Damit hat er mit den Anfängen überhaupt nichts zu tun Dann mit den Punkten, mit den Kläppchen Schade, dass ich ihn vorher auch behalten können Naja, egal, sei es drum So, Hypercar Speed Trophy erledigt So Gut, dann haben wir das erledigt Und in der nächsten Folge geht's weiter mit Urban Detects Havanna und Shanghai wieder zwei Rennen Bis dahin und tschüss Bis dahin und bis dahin und an Glückwunsch Ich bin damals Ich bin damals Mitunter Praise